Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Wretched and Clank Tools of Destruction. Das letzte Mal haben wir hier den Nondag Asteroidengürtel fertig gemacht und ich glaube jetzt können wir nämlich weiter fliegen. So, mal gucken. Jetzt geht das auf den Planeten Adoles und dann geht das auch schon los, würde ich sagen. Abheben. Komisch anhöre, es kann sein, ich bin etwas verschnupft, aber es soll euch nicht stören. Und ich putze meine Nase noch schnell mal. So, ich hoffe, dass meine Nase erst nachher nicht anfängt zu laufen. Piratenstützpunkt, Planet Adoles. So, jetzt sind wir hier. Wir können mal in den Verkäufer einfach mal reingucken. So, erstmal Munition nachkaufen. Nö, das ist alles voll. Raritanium haben wir nicht wirklich viel. Können mal gucken, ob wir was Neues haben. Ja, wir haben die Kreisklingen. Ja, da bin ich ein ganz großer Fan von. Und die Nanoschwärmer, die sind auch geil. Könnten wir uns auch sogar leisten. Ja, wir holen uns jetzt erstmal die Kreisklingen, denke ich mal. So, und dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen sparen. Gut. Ich denke mal, dann können wir jetzt anfangen. Wir könnten die Kreisklingen eigentlich schon mal versuchen, schon mal anzufangen, hier zu entwickeln. Man sieht schon, das sind solche, sag ich mal, Wurfsterne. Ähnlich wie, äh, Ninja-Sterne, so ein bisschen. Nur, dass die hier eben halt aus so einer, ähm, ja, Aua-Pistole kommen. Und man merkt schon, wir haben hier gar nicht so viel Zeit, hier so lange rumzueiern. So, ich habe hier nämlich schon meine halbe Kraft schon verloren. Aber, oh, wir haben neues Nanotech-Level erreicht. Da unten kommen noch mehr Piraten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Vorne können wir, da vorne können wir gleich noch, oh, ich sehe noch Kisten. Mal gucken, ob wir da schon hinkommen. Ja, da kommen wir schon hin. Schön, dann ruhe ich hier die Kisten noch schnell mal. Ja, da wollen wir jetzt aber noch nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal hier unten lang. Ich will jetzt erstmal zum Geräteverkäufer. Bisschen auffüllen. Mal gucken. Ja, einmal hier, einmal hier und dann bin ich wieder voll. Bisschen Kraft, ne Kraft habe ich. Ja, ja, du mit deinen Geräten. Ich will jetzt aber erstmal weiter hier. So, ähm, vorne ist noch ein, vorne ist schon wieder Waffenverkäufer. Wir sind hier aber dicht aneinander. Naja, gut, äh, Null, wir haben ja nichts bekommen. Keine rare Italien. Jo, das macht jetzt richtig Sinn. Ich wundere mich schon, warum hier der Verkäufer gleich schon wieder ist. Wir sind in die verkehrte Richtung gegangen. Gut. Wissen wir das auch. Gehen wir hier lang. So. So, paar Kisten hier wieder. Oh, den greife ich jetzt schon mal an. Nicht, dass er uns hier trifft. Oh, hier müssen wir gleich unseren Geolaser wieder einsetzen. Erstmal will ich hier die Kisten holen, bevor wir das machen. So. Ah, hier. Genau. So, ich halte meinen Controller mal. Äh, so. Also, theoretisch habe ich jetzt versagt. Und, warum auch immer. Und, warum auch immer. So. Alles klar. Hoch und zack, zack, zack. Das ist jetzt auch wieder mit dieser Bewegungssteuerung mit dem Six-Axis-Controller. Bäh. Deswegen sieht das auch ein bisschen eierig aus. Weil es ist gar nicht so einfach. Das ist sogar ziemlich tricky. Aber jetzt kriegen wir schon mal einen kleinen Überblick hier. Was uns hier erwartet. Der Käpt'n hat erfahren, dass ein Lopax in der Nähe gelandet ist. Das Kopfgeld beträgt bis zu 20 Scheine und eine neue Rotatorfassung. So. Oh, jetzt haben wir hier so kleine Viecher. Äh, die könnten wir, ja, können wir mit dem Kaiskling platt machen. Hier müssen wir aufpassen, das ist so ein Abgrund. Können wir den Abgrund stürzen. Da fähre ich nicht so schön. So, da kommen wir jetzt noch nicht hoch. Wir müssen jetzt außen rum. Das tun wir doch glatt mal. Ey. Ja, nee, ist klar. Ich habe verkehrt gedrückt, Entschuldigung. So. Entschuldigung. Okay. So. Wollen wir mal rüberfliegen? So, mal gucken, wer da vorn... Wie hängst du denn da? Du bist ja nicht schlecht, du. Naja, gut. Macht nix. Hängt da irgendwie eine Luft. Oh, ho, 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 hallo. Oh. Da müssen wir ein bisschen was stärkeres nehmen, weil wir sehen, er hat ein Schild. Das heißt... Oh Gott, ich versuch das hier mit machen. Nein, damit wär das nix. Äh, ich würde fast die hier gerne nehmen. Zack. Nochmal. Nochmal. Hä, er hält sein halbes Schild auch so vor sich. Ich meine, das schützt ihn nicht mehr groß. So. Müssen wir mal gucken, was wir hier für die nehmen. Na komm, wir schmeißen hier mal ein paar von denen rein. Die haben wir lange nicht mehr benutzt. Oh. Einer war überflüssig. Oh, macht nix. Oh, wieder Geolaser-Action hier. Dann geht das hier runter, genau. Oh Gott. Okay. Ja, ich will erstmal hier die Kisten holen. Der Geolaser, der hat auch noch ein bisschen Zeit. So, jetzt aber. Zack, 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 zack. So. Jetzt komme ich weiter. Äh, jetzt würde ich gerne nehmen und zwar... Ne, die Elektropeitsche, die bringt hier wirklich nicht viel. Achso, die sind hier gar nicht unten. Okay. Na, wo sind sie? Hinten sind Leviathane. Sehen wir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Friss das. Friss das. Friss das. Friss das. Okay. So. Oh, wir haben aber wieder einen Verkäufer. Das finde ich ja ganz nett. Ein bisschen Raritanium haben wir wieder. Entschuldigung. Dann denke ich mal, rüsten wir unsere Kreisklingen mal ein bisschen auf. Größerer Schaden. 500 und dann sind wir auch schon durch wieder. So, wieder volle Kraft. Und, ach du, ahnst es nicht. Nein, ich will da nicht rein. Ich wollte eigentlich meine Waffe auswählen. So, danke. So. Oh, was ist das? Ach, das ist einer von meinen Kreisklingen. Ist hier im Felsen gelandet. Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, Geolaser Action. Aber wo? Hier. Okay. Zack, zack. So. Da, 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 da. Ja, ich habe ein bisschen geübt jetzt. Könnte man sagen. Oha. Hier ist ja echt hier ein Basislager von den Piraten, wa? Aber, ei, 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 ei. Da muss ich erstmal ein bisschen gucken, wie ich da jetzt vorgehe. Ähm. Da muss man jetzt auf jeden Fall schlau vorgehen. Am besten, ich lasse sie gleich erstmal dancen. Pass auf. Da. Oh, toll. Ich wollte die eigentlich da richtig reinschmeißen, aber vergiss es. Äh, nehme ich die hier. Zack. Zack. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, ob oben noch welche sind. Muss ich natürlich gleich aufpassen. Wenn sie nicht mehr tanzen. Jetzt zum Beispiel. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus im Moment. Oh. Ups. Da nehme ich die mal. Oh. Okay. Oh, da hinten kommen noch mehr. Da nehme ich dann doch mal hier die. Rollen wir hier mal ein bisschen auf. Haben wir noch ein? Ja, einer haben wir noch. Hinten kommt auch noch einer. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm. Zack. Ja. Ey. Hartnäckig. Du bist ja hartnäckig. Hartnäckiger Geselle. So, erstmal ein bisschen Kraft und Munition wieder sammeln. Obwohl, Kraft haben wir gar nicht verloren. So. Hier noch ein paar Kisten. Jetzt erstmal hier ein bisschen wieder einsammeln. Ich hoffe einfach mal, dass der Part jetzt hier nicht wieder Überlänge bekommt. Aber das werden wir dann sehen. So. Habe ich alles? Ja. Hier habe ich alles. Hier hat euch beiden noch. Das Geld kann man immer gut gebrauchen. Immer alles her damit. So. Sieht doch hier verdächtig aus. Genau. So, was nehme ich denn für dich mal? Jo. Verwehrgas. Ja. Wir sind leider keine Gegner. Deswegen vergessen wir das mal. Ähm. Ich würde ganz einfach... Ja, komm. Das sollen wir hier lange... Hallo? Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Gut. Habe gedacht, das geht schneller. Dann nehme ich jetzt hier... Den hier. Da kommt. Oh. War es das schon? Da ist noch einer. Ah, da oben kommen noch welche. Zack. Zack. Ja. Ja. Ja, okay. Da springt einfach mal jetzt nichts. Kann man mal machen. So ein bisschen einsammeln hier. Bolt für mich. Oh, da ist noch einer. Wow. Okay. Oh. Auf Level 5 sind wir jetzt. Mit dem... Ohr. Nicht jetzt blöde. Raptorwerfer heißt er jetzt. Genau. So. Können wir nach oben. Müssen wir uns nämlich hier gleich hier rüber schwingen. Ey. Genau. Dann ist es ja. Aber was ist es? Schnell. Schnell. Reck. Dann lass dir nichts schliegen. Wir raten. Ahoi. Ahoi. Was stinkt hier denn so? Ei. Das Austen-Chili. Macht ganz schön Winter, macht das, Steven. Nein. Das hier stinkt schlimmer. Das hab ich seit 600 Monaten nicht gerochen. Oh. Frische Unterwäsche. Weck die Jungs, Rusty Pete. Heute erleben unsere Feinde die neunschwänzige Katze. Hey, Rusty Pete. Fang. Spieß das freche Stück aus. Ei-Captain, aufspießen. Mini-Kanonen-Kugeln. So. Und jetzt überlege ich gerade mal, ob wir hier den Part erst einmal beenden sollen. Ich weiß gar nicht. Ich werde einmal gucken. Äh. Gucken. Wo es jetzt mal lang geht. Ähm. Oder wir ziehen das noch durch. Aber ich denke mal, das machen wir beim nächsten Mal. Machen wir das beim nächsten Mal. Ja, würde ich fast sagen, dass wir das beim nächsten Mal machen. Die beiden machen wir noch platt hier. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Ratchet & Clank, Tools of Destruction. Bis zum nächsten Mal, Leute. 그걸 mal bitte. Ja, bitte. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Oh, danke. Vielen Dank. Danke. Cheers. Danke.